Stita Urdhava Pada Vistritasana heißt die ruhige sitzende Stellung mit Beinen auseinander. Annika zeigt, wie es geht. Vom Sitzen her beuge die Knie, fasse mit den Händen um die Füße, entweder die großen Zehen oder von außen um die Füße und dann hebe die Füße hoch und gib die Beine auseinander. Und so hast du Urdhava Pada, die Beine oben und du hast sie Vistrita, also auseinander und Stita, du hältst das einige Atemzüge ganz ruhig. Diese Stellung ist eine Stellung großer Öffnung, wo dein ganzes Energiefeld sich nach oben und vorne weitert. Es ist gleichzeitig eine Stellung für die Flexibilität der Hüften und auch eine Übung, um dich auszurichten nach oben.